Im Iran, in Mexiko oder in Italien. Auf der ganzen Welt gab es in diesem Jahr schon zahlreiche Todesopfer durch Erdbeben oder ihre Folgen. Insgesamt wurden sechs starke Beben gezählt. Doch so verheerend die Erschütterungen auch gewesen sein mögen, zwei amerikanische Wissenschaftler befürchten, dass es im kommenden Jahr noch sehr viel schlimmer werden könnte. Sie prognostizieren 20 schwere Erdbeben oder mehr. Die Geologen von der University of Colorado in Boulder und von der University of Montana in Missoula haben herausgefunden, dass es seit 1900 immer dann mehr Erdbeben gab, wenn sich die Erdrotation zuvor verlangsamte. Fünf Jahre dauerte diese Verlangsamung jeweils. Im darauffolgenden Jahr häuften sich die Erdbeben. Nach dieser Theorie muss im Jahr 2018 mit einer großen Anzahl von Erdbeben gerechnet werden.